Hier habe ich den Drucker das erste Mal in Betrieb genommen. Einfach nur auf den An-Aus-Schalter drücken und der Drucker erlegt den Rest. Hier noch einmal die Sprache auswählen, Sprache bestätigen, die Region auswählen und einmal entscheiden, wie der Drucker sich verbinden soll. Als nächstes verbindet sich der Drucker, zeigt noch einmal den Status an, wie man hier verbunden hat. Dies noch einmal bestätigen und der Drucker sucht nach Aktualisierung. Nun steht auf dem Drucker aktivieren Sie HP Smart Plus. Dies einmal auf Weiter klicken und dann kriegt man einen Kopplungscode. Hier gehe ich nun auf die Seite, die Seite lädt. Hier ist es einfach so, man muss ein neues Konto bestellen. Ich habe dafür schon eins erstellt. Nun auswählen, wie man den Drucker benutzen möchte. Hier einmal alles akzeptieren und nun den Kopplungscode eingeben. Nach der Eingabe dies dann auch wieder bestätigen und der Drucker koppelt sich. Jetzt kann man dem Drucker noch einen Namen geben. Man kann den Druckerstandort beschreiben, wo der Drucker dann auch steht. Wie man sieht, eignet sich gut für mehrere Büros. Da kann man dann das Büro dem Drucker zuordnen. Einmal auf Weiter klicken, dann nochmal die Anforderungen durchlesen und nun wird HP Plus aktiviert. Dies dauert ein bisschen, kann noch mehrere Minuten dauern. Also es hängt sich nichts auf. Hier kann man dann einmal nochmal das mit dem Toner schauen, ob man dieses flexiblen Abo haben möchte. Wenn der Tonerstand niedrig ist, kommt automatisch ein neuer Toner per Post vorbei. Ich habe das Angebot hier einfach mal übersprungen, weil ich selber brauche es nicht. Ich habe da trotzdem mal kurz durchgelesen, was das alles ist. Allerdings, ich persönlich für den privaten Gebrauch brauche ich es nicht. Es ist nice to have. Als nächstes kann man sich dann die HP Smart App installieren. Würde ich jedem raten. Einfach auf HP Smart installieren klicken. Und dann wird man automatisch weitergeleitet. In der E-Mail steht auch wieder ein Link. Da kann man draufklicken, kommt man direkt in den App Store, installiert sich die HP Smart App. Öffnet diese dann und dort auch mal wieder auf Akzeptieren klicken. Kann man dann eine Werbeerlaubnis erteilen. Und danach kann man dann auf Anmelden klicken. Nachdem man sich dann angemeldet hat, Benutzername und sonstiges, wie man sich eben gerade auf der HP Internetseite auch schon registriert hat beim Drucker. Gleich Anmelddaten wieder eingeben, dann wird das Konto geladen. Und dann steht auch schon, möchten Sie sich mit Drucker in der Nähe verbinden. Dies akzeptieren und ganz oben steht, ersten Drucker hinzufügen. Dort dann einmal draufklicken. Jetzt können Sie auswählen, ob Sie einen neuen Drucker einrichten möchten oder etwas anderes tun. Oben wird dann auch schon angezeigt, wo der Drucker oder welcher Drucker es ist. Diesen dann einfach draufklicken und schon wird der Drucker in Betrieb genommen.